Yay! Gib, 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 gib! AHHHHH! Inkompetent! Du hast alle zwei im Röp gemacht, muss man sagen. Mhm. Ja, Full Iron. Ja, wir haben es auch nicht mehr weiter. Haben wir auch. Haben wir auch. Quasi. Moment mal, Helm brauche ich, wa? Wir hätten, hätte ich mich nicht ver-craftet. Helm brauche ich. Ich habe noch drei, äh... Ja. Gut, hier hast du mal da- Gebraten oder nicht? Hm? Ja, ja, gebraten. Gebraten. Und ich habe noch- Hast du schon eine Chestplate? Ja, ich habe das alles wieder. Uns fehlt nur mehr. Okay. Ich fahre. So. Gut, jetzt habe ich auch einen Helm. Okay. Der ist, der ist E-Joker. Das ist der Elvin. Gut. Alter, das kann nicht sein, dass ich einfach gar nichts finde. Recht ist ja tausend, Junge. Ja. Weißt du, ob der Matthias oder der Ben aufnimmt? Ja, die sind ja nur Spectator. Ja, aber... Ja, eben gerade deswegen vielleicht... Weißt du moderieren? So. Ich glaube nicht, dass sie auch... Ich weiß nicht mehr... ... ... dass Steine loswerden. ... den Eingang finden. Ja, Mann. Ich tue sogar organisiert Streetmine. Ja, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe es uns immer blöd durch die Weg gegraben. Ja. Scheiße. Was gibt es noch, hat er gesagt? Es gibt das Dorf und ein Tempel. Oder gibt es noch nichts? Ja. Von Gebäuden und so. Genau. Wir hätten die Welt erkunden können. Also von mir aus könnte man dann rausgehen. Also ich warte jetzt noch, bis das Eisen fertig ist. Warte. Ich habe euch erzählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was? Sechs. Welches Level hast du? Neun. Könnten die den Zauberstich nutzen? Oder glaubst du, wir kommen auf Level 30? Nein. Ich muss ehrlich gesagt... Aber... Ist es Waro? Ist Minecraft Waro? Auch in derselben Version wie hier noch? What the fuck? Du kennst dich das sicher aus. Minecraft Waro ist auf 1.8. Aber ich weiß nicht, auf... Aber das ist dann egal eigentlich. Funktioniert es da genauso, oder sind da Mods drin? Äh... Da sind glaube ich, soweit ich weiß, keine Mods drin. Außer Optifine, glaube ich, kann man benutzen. Aber sonst nichts. Ich habe nichts gefunden. Nämlich verzählt. Nämlich verzählt. Nämlich verweisen. Ist gut. Normal ist schon wieder verzählt, nämlich. Das wird gut. Ich muss mal... Ja... So... Kann das wirklich drei sein? Böde also... Nämlich verstanden. Du bist jetzt find ich irgendwas. Boah... Vergess nicht den Tempelwandel. Der Arme, wenn wir... Wie du umgelegt das beim Tempel ist, dass jeder Kader hier fehlt. Oh scheiß, ich sollte nicht zu viel fressen. Ähm, wir sollten dann mal rausgehen und... Äh, Standort wechseln und... ... auf Tiere... ... Tierschau gehen. Ja, ach so, ja stimmt. Ich habe noch keinen Nahrung, obwohl man seit wir hier unten sind. Echt nicht? Ich habe schon... ... zwei mal essen müssen. Ist es nicht so, dass Abfahren auch Nahrung braucht? Ich glaube nicht. Ich glaube Springen... ... braucht Nahrung vor allem. Ja, Springen braucht... ... und... ... und... ... Dings... ... springen. So, ich ba... ... und... ... und ich fahre jetzt noch keine... ... bzw. ... ich kann eigentlich gar nicht sagen. Das sind nicht so viele Pächer... ... wie... ... die... ... es will einen, ... oder einfach immer auch nicht verbracht hat. Die... ... ist auch... ... von der Arme-Psyche. Hey, was ist denn das da? .. ... non... ... woher weiß ich nicht. Ja, ich hab keine Eisenspitze, oder? Ich war schon gebrochen Warte mal, warte mal Ja, baut drum mal ab Baut drum mal ab Nice Los Scheiße, warum kriegen wir das Achievement nicht? Hat den Diamond? Ja Warte, ich kann nachschauen, was man braucht Ja, jetzt kriegen wir's aber dann nicht mehr Du musst ja vorher die anderen Ja, deswegen dachte ich, dass du Requires Hot Topic Warum hab ich das nicht bekommen? Weil du wahrscheinlich keine Crafting Bench gebaut hast, oder? Achso, nein, ich hab keine Holzspitzsacke gebaut Ganz wahnsinnig Scheiße Fuck, dann mach ich das jetzt nicht Aber jetzt haben wir ja keine Dinge mehr Ja, wir werden noch welche finden Wo ist die Crafting Bench? Ja, moin, die hab ich hier Äh So, wir sollten uns keine Diamant-Schwerter Äh, keine Spitzhaken, wollte ich sagen Entweder Schwerter oder Rüstung Leul, ich hab nicht mehr dafür Das erzielt im Krieg und Piz Für die guten Big X Ja, hast du die Die Crafting Bench gebaut? Ich, also es leuchtet Ich, also es leuchtet Weißt du es nicht? Das muss was Wird ich jetzt schon wieder Ahja, nice Nice, alter Ja Warte, ich hab jetzt zu viele in jedem Fall So Warte, warst du noch? Ach, okay So, äh, was machen wir mit... Du, du hast zwei Diamanten, oder? Den Ofen und dann einen Eisenquillen Okay, du hast zwei Diamanten, oder? Nein, ich hab einen Diamanten Okay, dann gib nochmal einen Anderen hast du Was soll ich? Wir gehen Warte, ich schmeiß ihn Ich schmeiß ihn da hin Ich hab hier keinen Platz mehr in den Luft Schwerter oder Rüstung? Wie viel haben wir? Fünf Ich würde sagen Schwerter Erstmal auf Angriff gehen Ähm Was wollte ich jetzt? Ich hab's schon wieder begriffen Dann machen wir zwei Schwerter, ja? Okay Ich muss einen Iron... Eiren... Eiren... Eirenbar schmilzen Also das ist 16 Aber das machen wir in Langstadt dort Wir müssen Hier ist mein Dierschwert Hier ist mein Dierschwert Ich brauche ein Stickstein Hier mal... Hier mal ein Stickstein Nehme ich mal mit Zum... Keine Ahnung, wie was Ich geb noch ein paar weg Und nicht Machen wir das Buch noch? Nein, oder? Ja... Okay Wolle bauen wir auch nicht Cake... 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 Okay... Okay... So... War das die Kiste da recht? Ja, das war die Kiste Wo ist die Mitte? Da... Unten... Wo? Nein, komm... Wenn der alleine ist... Geil... Hier runter... Ah, ich glaub der hat uns gesehen Komm... Go... Ich weiß nicht... Da sind beide... Ja, danke... Sollen wir drauf... Warte... Da die haben... Oh, die haben Bogen... Lol... Warte, ich verzauber schnell Mit meinem Schwert... Jo... Ich hab Schärfe drauf bei mir... Schärfe eins... Und du kannst auch eh sehen was es ist... Hier ist übrigens Lapis drin... Okay... So, gib mir deinen Brustpanzer... Oder... Verzauber deinen Brustpanzer... Ja, pass auf nicht, dass die jetzt hochkommen... Ja... Einer nach dem anderen nicht mehr... Die gehen weg... Schusssicher? Meinst du, das bringt was? Ähm... Weiß nicht... Ich glaub er nicht... Die gehen auf jeden Fall weg... Okay... Also hier ist jetzt für Rüstung nur noch Schusssicher und Haltbarkeit drin... Wollen wir die verfolgen? Unbreaking Protection... Wo sind die hin? Ich brauch 5 Level für... Ähm... Würde ich nicht machen... Ich hab noch 15 Level... Aber ich hab leider keine gescheite Verzauberung... Wo sind die hingerannt? Ja, warte... Schau mal meines... Aber da ist nichts Gescheites drin... Da ist nur Schusssicher und Haltbarkeit drin... Trotzdem... Was willst du haben? Ähm... Nein, nein, gar nichts... Auf dem Baum ist eine Kiste... Oder hinten... Ja... Gehen wir zu der Kiste dann? Meinst du, Diamantstiefel rentieren sich? Denn wenn wir jetzt nicht mehr in der Erde sind... Dann holen wir uns eh keine Diamanten mehr... Und wenn wir Fedder vor den vielleicht drauf bekommen... Oder Protektion? Soll ich mir Dierstiefel machen? Boah... Ich wär eben auch fast runtergefallen... Guck mal... Komm ich mach mir Dierstiefel... Hilfe... Alter hab ich mich erschreckt... Mein Handy hat vibriert... Geil... Äh... Er macht den Dierstiefel... Ja setzt mal einen Verzauberungstich... Äh Quatschen... Äh... Wo ist denn? Ich hab ich nicht. Egal, ich mach einen neuen. Pass mal auf, dass keiner in der Nähe ist. Ja, toll auch schon. Ja, aber die anderen ziehe ich echt nicht. Dann mach ich mir halt da schusssicher drauf. Ist mir jetzt auch egal. Schutz 1. Wundervoll, wundervoll. Das ist halt richtig kacke, das. Aber nach Tieren schaut es ziemlich schlecht aus. Dort ist noch ein Schaf. Was find ich denn mit Wasseraffinität, Alter? Toll. Schutz, wundervoll. Autos, das haben wir da auch. Protection, ja. Ich hab zweimal Protection und einmal schusssicher. Scheiß Handy im Maul jetzt. Mach einfach Flugmodus. Ja, ja. Ja. Ich hab gerade keine Zeit. Wundervoll, auch noch Protection auf dem Helm. Gib mir mal deine Rüstung und dann verzauber ich die auch noch. Meine. Ja, ich mach das einfach schnell selber. Da ist... Kann es sein, dass das ein Jump'n'Run ist? Ich geb mal da rein. Warte, wir können auch gleich... Wir nehmen auf jeden Fall gleich den Verzauberungstisch mit. Würde ich nicht mehr an. Ich glaub, das darf man. Ja, darf man nicht. Glaub ich nicht. Weil sonst... Hat er das gesagt? Naja, das Lapis darf man mitnehmen, aber Verzauberungstisch nicht. Schade. Ich hab richtig Angst, dass die jetzt von hinten kommen, Alter. Der Kopf ist Protection. Protektion. Mach aber nichts Unnötiges drauf. Alter, ich mach... Das ist ja eine Unverschämtheit. Oh, Leute, ich will doch alles... Ich werd angerufen. Ich kann grad nicht annehmen, Mann. Warum ruft die mich jetzt an, ey? Better Falling auf die Schuhe. Das muss ich machen. Ja, mach. Die Hose hab ich. Hätte ich wieder Protection. Protection. Äh, das ist richtig kacke. Warte, dann gib mir deine Hose. Dann guck ich mal, ob ich was Besseres hab. Schutz, ja. Ja, bitte. Ja. Hast du noch was Unverzaubertes? Ja, mein Tier war ein Zauber, da ist mit dir auch nichts Schattes rauskommen. Da unten sind's. Da ist der David. Siehst du den? Ja. Geh mal hin. Verzaubert schnell noch deinen Brustpanzer, bitte. Dein Bogen. Ach, Bogen rentiert. Ja, den Brustpanzer kann ich aber nur auf Protection Protection. Das ist scheiße. Gib mal deinen Brustpanzer. Wir müssten theoretisch heißen Brustpanzer machen. Und das. Entfernen dann. Ich hab überall Schutz, ey. Mach mich bitte vor, ich will nicht vorlesen. Ja. Ich muss so ganz dringend Sachen besprechen. Äh. Gar keins. Haben wir nichts abgebaut, okay? Nee. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass wir bessere Ausrüstung haben als die, oder? Jo. Alter, mein Herz gerade, ey. Ohne Scheiße, das ist Adrenalin. Oh, oh, die haben schon verzaubertet, dir. Asmok hat verlassen, will der mich verarschen? Die haben, die haben schon vier Schuhe, oder? Die haben noch nicht mal Dia, wundervoll. Komm, bist du bei mir? Sein Wasser springer. Nein, Wasser komm mal schlecht. Ähm. Da, die sind ein bisschen... Wohin soll ich abholen? Einfach irgendwo hin. Ich bin beim David. Mit mir. Aua. Ich bin halbtot. David. Oh, wundervoll. Jetzt, wo ist der andere? Befrage. HALTER, mein Herz gerade. Ich muss essen. Wenn er kommt, geh du drauf. Ich bin nämlich lowlife. Ja. Wundervoll. Windeck fiel aus zu großer Höhe. Wie geil. Ähm. Pass du mal bitte auf, dass... Äh, dass keiner kommt. Ja, schau. Wo ist der andere? Hat der sich nicht vorhin gesnietet, oder so? Ich weiß es nicht. Was haben wir denn jetzt so alles? Nichts Bescheid ist. Ich hab... Die haben zwei Verzauberungstische gehabt. Leut. Wo, Alter? Warte, ich miste kurz mein Zeugs aus. Ja, mach doch. Acht Pfeile hab ich jetzt. Hier, warte, die geb ich dir mal kurz. Alter, mein Herz gerade. Das ist unfassbar. Rüstung und so werfe ich jetzt mal nicht weg. Denn nachher hebt das sonst jemand auf. Ja, mach doch. Okay, komm. Jetzt suchen wir den anderen, oder? Oh, das ist da oben ein Schaf. Okay. Oh, das ist ein Schaf. Komm, hier lang. Ich glaub, der ist da irgendwo abgehauen. Warte, warte. Mit wem war David im Team? Mit Windeck? Ja, mit, lol. Ja, mit Windeck. Der ist doch eben aus zu großer Höhe gefallen. Wie geil ist das denn? Ja, vielleicht ist er von irgendwo runtergefallen. Ja, ja. Wo seine Sachen sind. Ja. Wir haben das Team vernichtet. Eben hatte er noch größte, hat er noch größte, ich kann nicht mehr reden. Hat er große Töne gespuckt, der Spacko, der David. Jetzt haben wir ihn einfach vernichtet. Ja, das ist die Beast. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020